Meine Damen und Herren, viele Patienten kommen jetzt in unsere Euro-Eis-Kliniken und fragen nach, warum wir jetzt SMILE empfehlen, wo wir jahrelang LASIK empfohlen haben. Wir haben ja über 300.000 LASIK-Operationen durchgeführt und ich werde Ihnen hier im Folgenden versuchen, ganz kurz zusammenzufassen, warum wir SMILE empfehlen statt LASIK. Eine der Gründe ist, die Hornhaut bleibt unberührt. Wir machen keinen Schnitt in der Hornhaut wie bei der LASIK und das hat zur Folge, dass wir nicht die Hornhautoberfläche abschwächen. Die Stabilität ist besser, viel besser. Ein anderer ist, dass die Hornhaut unberührt wird. Wir schneiden nicht die Nerven rüber wie bei der LASIK. Bei der SMILE bleiben die Nerven unberührt und das hat große Vorteile für die Sensibilität der Hornhaut und dabei wiederum, dass der Patient viel geringeres Risiko von trockenen Augen haben. Meine Damen und Herren, die Kleinschnitttechnik ist schon lange in der Medizin. In vielen anderen Bereichen wird alles heute durch minimal kleine Öffnungen durchgeführt. Dies ist jetzt seit ein paar Jahren endlich auch in der Augenheilkunde. Wir brauchen keinen großen Schnitt mehr wie bei der LASIK. Es entspricht etwa einem Schnitt von einer 5 Cent Münze, 20 Millimeter. Die SMILE dagegen hat nur einen ganz kleinen Schnitt von 2 Millimeter, wie ein kleiner Reizkorn. Deshalb kleine Schnitte, viel, viel weniger Probleme als große Schnitte wie bei der LASIK. Deshalb empfehlen wir SMILE, hat weniger Komplikationen und das ist die Treatment of Choice für die Zukunft. Vielen Dank.